Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich ein Notebook, ein Sub-Notebook, ein Netbook oder wie man diese kleinen Geräte dann nennen mag. Das hat einen Flüssigkeitsschaden, da ist also was reingelaufen. Und das schraube ich jetzt mal auseinander und zeige mal, was da Verheerendes drin passiert ist. Auf den ersten Blick sieht das alles ganz gut aus hier. Das Display, das ist ganz sauber, die Tastatur, da ist nichts zu sehen. Die Flüssigkeit ist scheinbar an der Seite reingelaufen, als das Hochkant gestanden hat oder irgendwo gelagert wurde. Und die Tastatur ist okay. Da funktionieren alle Tasten, die kann man runterdrücken. Die kommen auch alle wieder hoch, das ist bei Flüssigkeitsschäden nicht normal. Also meistens ist es so, wenn da was drüber läuft, dann hängen einige Tasten. Die drückt man runter und dann bleiben die da noch unten. Das ist hier aber gar nicht der Fall, das sieht alles ganz klasse aus. Und nur hier vorne bei dem Touchpad gibt es zwei Tasten. Und wenn man die drückt, dann knacken die so ein bisschen. Das kann entweder der Schalter sein oder es kann sein, dass die Flüssigkeit hier unten drunter ist und das hier festklebt. Wenn ihr mal aus Versehen Flüssigkeit über die Tastatur kippt, das wird meist mit Limocola oder auch Rotwein gemacht. Das sind zumindest meine Erfahrungen, die Geräte, die ich bisher so gehabt hatte. Dann ist es ganz wichtig, sofort natürlich den Stecker raus, hinten das Netzteil raus und die Batterie raus. Auch dann, wenn hier was drüber läuft, das Notebook nicht direkt so irgendwie so hoch nehmen, damit die Flüssigkeit hier noch richtig reinlaufen kann. Die meisten Notebooks sind ein bisschen geschützt gegen so Flüssigkeit. Unter der Tastatur, da ist meistens ein bisschen Plastik. Dann läuft das auf das Plastik, damit es nicht auf die Hauptplatine läuft. Und läuft dann hier vorne hin, dann kann das eventuell hier vorne rauslaufen. Das weiß man natürlich nie so genau, bevor man es gemacht hat. Aber bei so einem Fall, wenn was drüber läuft, immer das Netzteil rausziehen und hinten auch den Akku rausnehmen und das Gerät auf keinen Fall während des Annes so hochhalten oder schräg halten und erst mal Ruhe bewahren. Und jetzt zeige ich euch mal, was da passiert ist. Zuerst mache ich mal den Akku raus und der wird hier mit zwei Laschen rausgemacht. Also hier einmal wird das entriegelt und hier drüben auch. Und diese Laschen, die gehen schon sehr schwer. Die geht noch, aber hier drüben, die will sich gar nicht bewegen lassen. Also da ist möglicherweise irgendwas reingelaufen, was das verklebt. Da braucht man hier einen Schraubenzieher. Und der Akku selber, der will auch kaum da raus. Und vielleicht hört man das auch im Video. Das knarzt so ein bisschen, als ob es irgendwie festklebt. Und jetzt ist es draußen. Das Akkufach, das geht noch. Hier drüben ist irgendwas, was da nicht hingehört. Vielleicht ist da was rein oder rausgelaufen. Aber das kann natürlich auch normaler Schmutz sein. Und ich mache mal den Deckel jetzt hier oben ab. Hier sind drei Schrauben im Deckel. Die habe ich schon mal rausgeschraubt. Und wenn man sich den Deckel anguckt, dann sieht man so in der Reflexion auch schon irgendwelche Spritzer. Und ich versuche mal den Deckel hier abzumachen. Und der klemmt und der klebt auch, vor allem hier hinten in der Ecke. Da will er nicht richtig abgehen. Mal gucken, ob das jetzt geht. Das sieht so aus, als wäre er jetzt hier irgendwie noch festgeschraubt. Das ist aber nicht der Fall. Der ist hier so ein bisschen festgeklebt. Und das knirscht auch ein bisschen. Und jetzt geht er ab. Das ist also jetzt das offene Notebook. Hier ist der Deckel. Und der Deckel, der war so drauf. Und so habe ich den jetzt hier abgemacht. Und hier sieht man so ein Moosgummi, dieses schwarze hier. Das ist zum Puffern der Festplatte da, damit die hier nicht vibriert und hier gegen den Deckel haut, damit es da keine Schwingungen gibt. Und da sieht man schon, hier ist irgendwas reingelaufen, irgendeine Flüssigkeit. Die hat sich hier verteilt. Ich habe den Deckel mal hochkant gestellt, damit man das ein bisschen besser sieht. Und hier sieht man so Nasen, die hier runtergelaufen sind. Einmal hier rechts, einmal hier links. In der Kamera, im Video sieht man es vielleicht nicht so gut, weil das alles ein bisschen reflektiert hier. Aber hier oben sieht man irgendwas Braunes. Das ist eine Flüssigkeit, die eingetrocknet ist. Hier ist diese Flüssigkeit nicht hingekommen. Da ist ja dieser Moosgummi. Sondern die hat sich hier verteilt, hier oben, hier runter. Und jetzt gucke ich mir mal die Festplatte an. Das Notebook sieht eigentlich ganz okay aus. Hier unten das Grüne, das ist natürlich die Platine. Da ist nichts zu sehen. Weder hier hinten beim Lüfter. Der Lüfter ist ein bisschen verschmutzt, aber das ist nur Staub hier drüben. Noch hier, das ist auch okay. Meistens sieht man dann, wenn da irgendwie Rotwein oder sowas in das Notebook über die Tastatur meistens gelaufen ist, sind dann hier so Ränder drauf, wo das dann eingetrocknet ist. Aber das ist alles okay. Es sieht aus wie neu. Hier drüben auch. Hier hat es einen Slot für eine SSD, für so eine MSATA-SSD. Da ist auch nichts zu sehen. Aber hier drüben am Ende der Festplatte, da sind so braune Flecke. Und das hier ist irgendeine Verschmutzung von irgendwas, was da reingelaufen ist. Und ich baue mal die Festplatte aus. Das ist jetzt die Festplatte. Und von der Seite sieht die ganz top aus. Die ist sauber. Da ist jetzt nichts zu sehen. Hier, das ist auch okay. Also das Fach, wo die Platte drin liegt. Hier hat es dann den SATA-Anschluss. Hier ist scheinbar auch nichts reingelaufen. Und ich entferne jetzt mal hier den Rahmen von der Platte. Der Rahmen ist seitlich mit vier Schrauben befestigt. Die habe ich jetzt mal alle rausgeschraubt. Und da kann man den Rahmen abmachen hier, wo die Platte drin sitzt. Und dann sieht man auch schon das Problem. Da sieht man auch, was passiert ist. Das ist jetzt der Metallrahmen. Hier unten hat es nochmal so eine Plastikeinlage, damit das keinen Kurzschluss gibt hier mit der Elektronik der Platte. Und ich drehe den Rahmen mal so ein bisschen. Und da sieht man, dass da die ganze Flüssigkeit reingelaufen ist. Die hat sich hier so entlanggezogen an der Platte über die komplette Elektronik. Das hier ist alles ganz fest eingetrocknet. Hier ist es auch schon so richtig grün. Ich weiß nicht, ob es eine grüne Flüssigkeit war, aber glaube ich mal nicht. Und das hat natürlich hier einen riesen Kurzschluss verursacht. Das sieht schon mal gar nicht gut aus. Bei der Platte hat man genau das gleiche. An den Stellen, wo die Elektronik hier mit dem Rahmen in Berührung kam, da hat sich hier diese Flüssigkeit langgezogen. Und hier unten sind so Verkrustungen. Die fühlt man auch. Das ist natürlich irgendeine Flüssigkeit, die da eingetrocknet ist. Und wenn das Notebook jetzt hier mit dem Akku mit Strom versorgt wurde, dann gab es da mit Sicherheit einen Kurzschluss. Einmal über die Platte und vielleicht auch dann über den SATA-Port aufs Mainboard. Vielleicht ist nur die Platte kaputt, vielleicht aber auch das ganze Gerät. Das werde ich jetzt mal testen. Aber hier sieht man das auch ganz schön. Wenn man den Rahmen hier nochmal drauflegt, dann sieht man hier in diesem Fenster, da ist so gut wie gar nichts. Da konnte die Flüssigkeit halt nicht lang. Die ist hier unten drunter über diese Kapillarkräfte. Hatte sich da langgezogen. Und hier sieht man das jetzt wunderbar, dass die Platte hier ganz stark von betroffen ist. So war das also jetzt hier eingebaut. Das ist so drin. Und dann kommt das hier so rein. Und dieses Blech, das lag ja hier so drauf. So ungefähr. Dann ist hier scheinbar irgendwie die Flüssigkeit rein. Vielleicht durch das Blech durch hier, durch diesen Spalt. Ist hier in die Platte rein. Und hier ist es am Außen an diesem Deckel runtergelaufen. In diese Richtung. Und so wurde das Notebook jetzt hier entsprechend beschädigt. Und das ist nur ein ganz kleiner Spalt, wo die scheinbar rein ist. Aber das hat hier gereicht. Das Notebook selbst sieht eigentlich ganz gut aus. Also hier sind keine Flüssigkeitsschäden zu sehen. Hier drüben ist ein bisschen, aber das ist ja nur am Plastikgehäuse. Hier unten die Platinen sind okay. Hier drüben, wo das zweite RAM-Modul ist, da ist sogar noch der Original-Staub drauf. Also hier ist nichts drüber gelaufen. Der Lüfter hier oben, der dreht sich. Der ist nur ein bisschen verstaubt. Das sieht auch gut aus. Hier unten müsste der Prozessor dann sein. CMOS-Batterie, da ist auch nichts. Sonst ist da auch nichts rausgelaufen. Man sieht nichts. Und ich schließe hier einfach mal ein Netzteil an. Das Notebook sieht ja, wie gesagt, okay aus. Hier habe ich ein Netzteil, das hat 20 Volt. Das ist genau das, was das Notebook braucht. Und ich stecke das mal hier hinten ran und gucke mal, was da passiert. Das weiß man natürlich nie, wenn bei einem Notebook eine Flüssigkeit gelaufen ist, ob es da noch weitere Kurzschlüsse gab. Und noch zeigt das Netzteil die 20 Volt an. Ich schalte es mal ein. Aber da passiert gar nichts. Also das funktioniert nicht. Da gibt es kein Bild. Der Lüfter läuft nicht an. Da blinkt auch keine LED. Das ist komplett tot. Die Festplatte ist ja hier stark verschmutzt. Und das mache ich mal ab hier, den Schmutz. Da sieht man noch einiges hier an dem Tuch. Da geht das dann ab. Und mal schauen, ob die danach funktioniert. Das Problem ist natürlich jetzt hier zum einen, dass die Festplatte verkapselt ist. Das ist natürlich gut. Da läuft also nichts rein. Der Nachteil ist natürlich hier oben. Die Elektronik, die ist ungeschützt. Also wenn es da einen Kurzschluss gab, also das Gerät könnte angewiesen sein. Und das vermute ich einfach mal. Dann kann natürlich sein, dass die Elektronik komplett kaputt ist. Hier links ist jetzt die Festplatte aus dem Notebook. Die habe ich jetzt mal sauber gemacht. Und habe die mal eine Weile trocknen lassen. Also jetzt ist die richtig trocken. Hier rechts ist mal eine andere Festplatte zum Vergleich. Eine, die funktioniert, also die keinen Wasser- oder Flüssigkeitsschaden hat. Und da sieht man schon, wenn man sich das mal anguckt und vergleicht, dass hier auf der Platte einige von diesen Pins hier, von diesen Lötpunkten, die hier relativ gleichmäßig kupferfarben sind, verschieden sind. Also hier gibt es welche, die sind heller. Und hier gibt es so Flecke. Da sind einige Punkte sehr dunkel. Hier zum Beispiel auch oder hier auch. Das ist aber alles sauber. Das ist jetzt kein Schmutz mehr. Sieht so aus, als hätte da irgendwas gekurkelt. Als hätte es da einen Kurzschluss gegeben. Und das wurde wohl an diesen Stellen möglicherweise ein bisschen zu heiß. Jetzt die möglicherweise defekte Platte, die schließe ich mal zum Testen hier an den Rechner an. Und zwar erst mal nur die Stromversorgung an das Netzteil. Und da gucke ich mal, ob die sich überhaupt dreht. Und der Rechner läuft. Aber hier passiert jetzt nichts. Das hört man im Video vielleicht nicht. Aber hier ist nichts zu hören aus der Platte. Da dreht sich nichts. Das fühlt sich auch nicht so an. Die vibrieren ja immer ein bisschen. Fühlt man ja, wenn eine Platte an ist. Aber hier passiert gar nichts. Also die Platte funktioniert gar nicht mehr. Da läuft der Motor schon gar nicht an. Was hier also passiert ist, das hat natürlich jetzt das komplette Notebook zerstört. Und die Platte und alle Daten, die da drauf sind. Das Notebook hat wohl scheinbar so gestanden, wie man das rekonstruieren kann. Dann ist hier oben irgendeine Flüssigkeit durch diesen kleinen Spalt reingelaufen. Hier über die Platte drüber. Und hat also hier einen Kurzschluss verursacht. Hier auch wieder einen Kurzschluss auf der Hauptplatine. Der Akku, der war drin. Der ging auch ganz schwer raus. Das sieht man auch an diesen Verknasterungen, die hier überall sind. Und die Platine selber war gar nichts betroffen. Aber halt hier die Platte. Hier unten gab es den Kurzschluss. Der hat sich hier über die 5 Volt wahrscheinlich hier fortgesetzt. Und hat auch die Hauptplatine kaputt gemacht. Ist wirklich schade um das Gerät. Was kann man an dem Notebook noch machen? Man kann es natürlich auseinandernehmen. Und kann gucken, ob da irgendwelche Teile noch funktionieren. Aber wahrscheinlich ist das Membatt hinüber. Entsprechend eigentlich auch das ganze Gerät. Das ist jetzt quasi ein Ersatzteilträger. Die Platte, die könnte man eventuell versuchen zu reparieren, indem man hier die Platine tauscht. Muss man natürlich genau eine gleiche Platine mit der gleichen Firmware wieder kriegen, wie die hier verbaut ist. Das ist eine Hitachi-Platte von 2010 ungefähr. Da wurden mit Sicherheit ein paar hunderttausend von produziert. Aber genau so eine zu finden nach der langen Zeit ist natürlich sehr schwierig. Praktisch ist es jetzt ein Totalschaden. Das Notebook kann man nur noch als Ersatzteilträger benutzen. Hier so ein RAM-Modul oder vielleicht das Display. Lüfter, naja, braucht man nicht. Die gibt es ja neu billiger. Die Festplatte ist auch komplett defekt. Da kommt man an keine Daten sinnvoll mehr ran. Das hätte man natürlich alles vermeiden können. So wie das hier eingetrocknet ist, vermute ich mal, dass das Notebook entweder länger gestanden hat. Dass es also so richtig eintrocknen konnte und auch, dass der Akku nicht rausgezogen wurde. Wenn ihr sowas habt, wenn ihr mal was über euer Notebook drüber kippt, da gibt es ein paar Tipps. Wenn ihr euer Notebook eingeschaltet habt, so wie das hier ist, so stehen die ja normalerweise schon irgendwo auf dem Tisch. Und da schüttet ihr irgendwas drüber. Dann geht es ja meist so in dieser Form, dass man hier vorne was über die Tastatur kippt. Die Flüssigkeit will dann natürlich so in diese Richtung laufen. Meistens sind die Notebooks ja so, dass es ein bisschen hier nach vorne hin runter geht. Und dann schaltet ihr es am besten direkt aus. Einfach hier den Einschalter drücken. 4, 5, 6 Sekunden lang und dann macht es meistens klack und die Notebooks gehen aus. Wenn das Notebook aus ist, dann sofort den Netzstecker ziehen. Also entweder hier raus oder hier auf der rechten Seite ist es ja dann meistens, dass das Gerät vom Netzteil getrennt ist. Jetzt ist die Flüssigkeit ja hier vorne und die läuft hier vorne im Notebook rum. Ich würde jetzt als erstes mal den Akku rausnehmen. Dazu erst mal zuklappen und aber auf keinen Fall natürlich so rumdrehen, sonst läuft die Flüssigkeit jetzt noch ins Display rein und macht da noch mehr Schaden. Sondern ich würde es zuklappen und dann vorsichtig so aufstellen und hier oben dann den Akku rausnehmen. Das ist natürlich von Notebook zu Notebook verschieden, damit das Gerät jetzt wirklich richtig stromlos ist. Und dann würde ich es so hinstellen, wie es vorher gestanden hat, weil meistens haben die Hersteller schon so ein bisschen das berücksichtigt, dass man ab und zu was reinkippt. Und Lüfter und so weiter und CPU, das ist meistens hier oben angesiedelt. Da ist meistens auch die Hauptplatine. Hier unten ist zwar öfters auch die Hauptplatine, aber meistens kommt hier die Flüssigkeit leichter raus als natürlich hier oben. Wenn das Notebook jetzt aus ist und auch ohne Batterie ist, würde ich es einfach mal hier so stehen lassen, würde mal gucken, was hier rausläuft. Und wenn dann nach fünf Minuten da nichts mehr raustropft, dann würde ich das aufschrauben und sofort anfangen zu trocknen. Noch besser natürlich, man vermeidet das Ganze, indem man keine Getränke neben so ein Notebook stellt oder so ein Notebook auch nicht zusammen mit irgendwie einer Flasche Cola oder sowas in einem Rucksack transportiert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einfach einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die YouTube-Kommentare. Da antworte ich gerne drauf und guckt mal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Tipps und Tricks und Links. Besucht auch mal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben. Da findet ihr noch hunderte andere Artikel zum Thema Notebooks, zum Thema Windows, zum Thema Festplattenklonen, zum Thema Handys und so weiter. Da sind mit sich dann noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und entstandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.